Das ist der Double V Sound, unsere neue CD ist gerade erst erschienen vor wenigen Tagen, am 7. Juli und ich möchte euch ganz kurz dazu ein, zwei Takte im Viervierteltakt sagen. Neues Album für 10 Euro mit internationalen Gästen von The Orbit Paul's Yes. Ihr hört den fiesen Sound im Hintergrund. Böses Sein. Mein Bro-Drop-Degraben war sehr heiß. Ich muss hier die Kiste auch schon fast fallen lassen, weil unter uns ist heiß wie eine heiße Kartoffel direkt aus dem Moten raus. Wir haben viele Gäste aus Gambia, aus dem Iran unter anderem und viel Mühe gegeben hier ein schönes Artwork hinzukriegen und auch einen schönen Sound. Etwas progressives, sehr staubig und zum Refrain geht's durch. Ich liebe meine W. 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 Vielen Dank.